UNTERTITELUNG So ist das, alle verkleidet, alle fröhlich, alle lustig und alle herrlich vor allem Es fühlt sich an, wie Quaschen, Allo Garte mal und so ist es auch Es ist wieder soweit Herzlich Willkommen aus der Nadenburg Hochburg Graz, hallo Österreich Yes! Danke Danke Es ist auch verschenkt, dass ich wieder was durfte Dass man so wie den Jan Bauter und den Doppelschutz hat Dass es da wieder richtig zur Sache geht Und dann freue ich mich, dass ich dabei sein kann Puh Das war Anna, so genau, die auf einem coolen Gerät unterwegs ist Das ist jetzt was Schief! 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 Schief Ich bin ganz leicht in der Jury auf einer, der auch immer die Menschen unterhält, nämlich Schauspiel. Und die anderen werden eigentlich von Abysse als Weißen. Ich bin ja da mitten in einem Spektiv, das ist ja der ehemalige Meister der SSB-Sturm, Franco Foda ist da, als Mainzer hier in Graz bringst du uns lieber Franco quasi ein bisschen mit, oder? Ja, das ist richtig, ich bin ja Mainz geboren und hab natürlich Karneval in Mainz, später auch in Köln, Düsseldorf, sehr genossen und wunderbar, heute hier in Graz zu sein, tolles Wetter, Menschen sind alle sehr entspannt, lustig und freue mich heute noch auf den ganzen Tag. Lieber Franco, schön, dass du da bist, schön, dass du die Gaudi mitmachst mit uns und viel Spaß noch beim Bewerben. Ja, danke auch und wünsche allen noch viel Spaß heute. Ja, doch, da spricht doch wer mit mir, sehr gut. Die Monster AG, woher seid ihr? Das ist ja nur für her. Sehr gut, woher seid ihr? Wir haben sehen, dass die Leute runtergefallen. Von Aktion mal rein, gell? Ja, das ist ja nur für her. die das ihr jetzt die in Da muss deine Herren gossen. Sehr gute Idee. Und wie das Lied im Hintergrund ist, danke dir für ein absoluter Traum. Das freut mich. Freut mich an. Sehr gut. Stimmung in Graz, Weltklasse. Sehr gut. Die Zeit ist von Florianz. Wahnsinn. Wahnsinn. Es ist unglaublich. Ich habe es heute, mir gibt es so viel Freude gemacht, endlich wieder einmal ausgelassen zu sein. Wir freuen uns sehr, dass ihr mitproduktiv habt. Schön. Schön. Schön zu sich. Schön zu sich. prosecutors Mocken. Alles war locker und ließ. Ex amore, ex amore, la 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 la, ex amore la 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 la. Wie in einer Brasserie, da kam ein Sparier, bei Hino und Spaghetti, sie war rengamecki, sie liebt mit ein Jahrtausend, sie kann wie ein und tausend, da machte sie sich schöner, mit seinem Kamm und Öl, wir singen, la-la-la-la-la-la-la-la-la Nichts amore, nichts amore, la-la-la-la-la-la-la-la Nichts amore, la-la-la-la-la Nichts amore, la-la-la-la-la-la Jetzt weißt du ganz genau, dass deine andere Frau, der Ehemann befindet, dann gibt es halt den Sünden, wir einverschulden Lieben Die beste Happy Knie, die schöne Hagen, die schöne Hunde, die Frau, der Ehemann befindet, da machte sie sich schöner, mit seinem Kamm und Öl, wir singen, la-la-la-la-la-la-la-la Alles singen, la-la-la-la-la-la-la-la Nichts amore, nichts amore, nichts amore, la-la-la-la-la-la Nichts amore, alles singen Danke! Wie Backeburen! Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, das war er, der kleine Zeitserplatz. Die Jungs, das war überragend. Die Jungs und danke für, dass wir dabei sind und dürfen eine Frage in die Runde. Wollt ihr noch was hören? Ja! Bis eben! Danke schön! Danke schön! Danke schön! Danke! Danke schön!